Haben Sie sich jemals gefragt, wie es wäre, als Konkubine im Kaiserreich China zu leben? Im Sommer des Jahres 1424, als der Ming-Kaiser Yongli verstarb, sahen sich 30 Konkubinen, die im prunkvollen königlichen Harem lebten, mit einem bäunruhigenden Symbol ihres Schicksals, konfrontiert, einem blutroten Seidenkleidungsstück in quadratischer Form. Dieses scheinbar unschuldige Gewebe, das ihnen vom herrschenden Kaiser überreicht wurde, trug eine bedrückende Bedeutung in sich. Es kennzeichnete ihren Status als seine Favoritinnen, verurteilte sie jedoch auch zu einem vorzeitigen Tod. Die verbotene Stadt mit ihrer Pracht und ihrem Luxus war ein tückisches Labyrinth für diese Frauen. Ihr Leben war voller Gefahren, ihre Existenz zugleich opulent und erzwungen, und ihre Handlungen unterlagen harten Strafen. Einsamkeit und Verzweiflung durchdrangen die Luft, die sie atmeten. Doch wie quälend waren ihre Leben wirklich? Welchen grausamen Auswahlprozess mussten sie durchstehen? Und was war wirklich nötig, um innerhalb der vergoldeten Grenzen des Kaiserreichs China zu überleben? Der Brauch, Konkubinen zu halten, scheint im antiken China so alt zu sein wie die Zeit selbst und begann wahrscheinlich mit der westlichen Zhu-Dynastie, die um 1000 v. Chr. gegründet wurde. In jenen Tagen durfte ein Mann so viele Konkubinen halten, wie er wollte, vorausgesetzt, er konnte sie kaufen. Aber während der Zeit der östlichen Han-Dynastie gab es eine Beschränkung, wie viele Konkubinen ein Mann haben durfte. Je höher der Rang, desto mehr Freiheit hatte man, um mehr Konkubinen zu haben. Im Kontext der Geschichte konnte das Wort Konkubine viele Dinge bedeuten, aber im Kontext des Kaiserreichs China hatte es zwei Bedeutungen. Im vormodernen China durfte ein Mann zur gleichen Zeit nicht mehr als eine Ehefrau haben, wobei die besondere Ausnahme der ersten Frau galt, die bis zum 40. Lebensjahr des Mannes kein Kind geboren hatte. Daher erfüllten sie ihre polygamen Bedürfnisse, indem sie Konkubinen hielten. Die Position einer Konkubine war minderwertiger als die der Ehefrau des Mannes, aber höhergestellt als die einer Dienerin. Im Fall des Kaisers sollten die Konkubinen jedoch Dienerinnen für private Zwecke sein. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, einen männlichen Erben für den König zu zeugen, falls die Kaiserin dies nicht vermochte. Das Machtzentrum Chinas, die verbotene Stadt, beherbergte den Kaiser und die Kaiserin sowie ein Gefängnis für all die Konkubinen, die jeder Kaiser hielt und die den inneren Hof nicht verlassen durften. Konkubinen führten ein abgeschiedenes Leben, dienten dem Kaiser, der Kaiserin und den Eltern des Kaisers und erfüllten dabei ihre einzige Aufgabe, dem Kaiser zu dienen und männliche Erben für sie zu zeugen. Die einzigen Männer, die den inneren Hof betreten durften, waren Eunuchen, sodass die Authentizität der Kinder des Kaisers unbestritten blieb. Manche Hauptkaiser hielten fast 9.000 Konkubinen, aber Kaiser Juan und Ling hatten während ihrer Herrschaft fast 20.000 Frauen in der verbotenen Stadt. Dennoch hatte die Hierarchie des kaiserlichen chinesischen Harems stets die Kaiserin an der Spitze. Die offizielle Frau des Kaisers war die meistverehrte und angesehenste Symbolfigur für Frauen in China, da die gesamte Nation sie als Mutter der Welt betrachtete. Der nächste Rang in der Hierarchie des Harems gehörte den Konkubinen, jedoch variierte die Anzahl mit jeder herrschenden Dynastie. Diese Konkubinen waren größtenteils Töchter hochrangiger Beamter, die entweder dem Kaiser geschenkt oder von ihm beansprucht wurden, aber offiziell nicht mit ihm verheiratet waren. Nach den Konkubinen würde die Rangfolge der Konkubinen beginnen. Die Rangordnung der Konkubinen hing vom Kaiser ab und konnte von drei bis fünf variieren. Die Politik unter den Konkubinen war heftig, und sie mussten intrigieren, täuschen und beeindrucken, um aufzusteigen, und dabei ihre inoffiziellen Ränge energisch verteidigen. Der beste Weg, um in der Rangordnung aufzusteigen, bestand darin, dem Kaiser einen männlichen Erben zu gebären, aber je höher die Anzahl der Konkubinen war, desto geringer war die Chance, tatsächlich eine Nacht mit dem Kaiser zu verbringen. Aufgrund dieser Intrigen und Rivalitäten waren unter den Konkubinen in der verbotenen Stadt weit verbreitet, und das tägliche Leben war alles andere als ein Leben in Vergnügen und Freizeit. Während der Kuing-Dynastie wurde es für Konkubinen und Konkubinen noch schwieriger, da ihre Ränge darüber entschieden, welche Art von Kleidung, Essen und Privilegien ihnen zustanden und ihnen ständig vor Augen führten, wo sie hingehörten. Die meisten ihrer Aktivitäten wurden von den Eunuchen überwacht und kontrolliert, die im Palast große Macht ausübten. Konkubinen waren verpflichtet, sich vor dem Besuch des Kaisers in ihrem Schlafgemach zu waschen und von einem Hofarzt untersucht zu werden. Mit Hunderten und manchmal Tausenden von Konkubinen, die dem Kaiser zur Verfügung standen, unterlagen die Damen, die der Kaiser besuchte, eifersüchtigen Rivalitäten. Konkubinen hatten ihre eigenen Räume und füllten ihre Tage damit, sich zu schminken, zu nähen, verschiedene Künste zu üben und mit anderen Konkubinen zu sozialisieren. Viele von ihnen verbrachten ihr ganzes Leben im Palast, ohne jeglichen Kontakt zum Kaiser. Es gab nur sehr wenige Ausnahmen von den Regeln, aber Liebe war für die Konkubinen so gut wie verboten. Auch wenn einige von ihnen Beziehungen zu Eunuchen oder anderen Beamten knüpften, zahlten sie einen hohen Preis für ihre Vergehen, wenn sie erwischt wurden. Es gab nur sehr wenige plausible Möglichkeiten, der verbotenen Stadt zu entkommen. Die einfachste Möglichkeit bestand darin, alt genug zu werden, dass der Kaiser das Interesse an einem verlor. Das war natürlich leichter gesagt als getan. In diesem Fall durften die Konkubinen mit einer angemessenen Pension zu ihren Familien zurückkehren. Der Auswahlprozess für kaiserliche Konkubinen wurde in China seit den Tagen der Kuing-Dynastie geregelt und zwischen dem dritten und frühen fünften Jahrhundert in China verankert. Schon damals und in den Ming- und Kuing-Dynastien basierten die Kriterien zur Auswahl von Konkubinen auf den Vorlieben des amtierenden Kaisers. Während der Ming-Dynastie sorgte der Hongwu-Kaiser dafür, dass kein Haushalt in China eine Ausnahme bildete. Die Ming-Kaiser zwangen jede junge unverheiratete Frau, die keine körperliche Deformation oder Behinderung hatte, den Shunu-Auswahlprozess zu durchlaufen. Die Kuing-Dynastie hingegen bevorzugte es, die Auswahl auf die Familie der Acht-Banner zu beschränken, die hauptsächlich aus Manchu oder Mongolen bestand und die Han-Bevölkerung ausschloss. Am Tag der Auswahl wurden die Mädchen zum Tor der verbotenen Stadt gebracht, begleitet von ihren Eltern oder Vormündern. Diese sehr jungen Mädchen mussten sich einer Schönheitsinspektion sowohl durch den Kaiser als auch durch seine Eltern unterziehen. Nur weniger als 100 Mädchen würden es schaffen, und dann würde eine gründliche Untersuchung durchgeführt, um festzustellen, ob sie physisch gesund und frei von Gebrechen waren. Sie wurden auf Hautinfektionen, Körperbehaarung, Körpergeruch und so weiter überprüft, bevor sie an die Schulungsfrauen geschickt wurden. Die ausgewählten Mädchen würden mehrere Nächte mit diesen Frauen verbringen, die sich auf die Schulung von Dienerinnen spezialisiert hatten, um das Handwerk des Dienens der königlichen Familie zu erlernen. Sie würden auch gründlich diszipliniert, und diejenigen, die sich qualifizieren würden, würden in die Fähigkeiten akzeptablen Verhaltens eingeführt werden sowie darin, wie man spricht, gestikuliert und geht. Sie würden auch Kunstformen wie Malen, Lesen, Schreiben, Schachspielen und Tanzen lernen. Diejenigen, die diese anspruchsvolle Ausbildung durchlaufen würden, würden der Kaiserin Mutter mehrere Tage lang als Dienstmädchen dienen. Der Zweck der Dienstbarkeit bestand darin, die Mutter der Kaiserin zu erfreuen und ihre Gunst zu gewinnen, um einen höheren Rang als Konkubine zu erreichen. Sie würden auch weiteren Inspektionen durch die Mutter des Kaisers selbst unterzogen, die schlechte nächtliche Gewohnheiten wie Schnarchen, Gerufsausdünstungen oder Sprechen oder Gehen im Schlaf aufdecken würde. Nur sehr wenige derjenigen, die es durch diesen anspruchsvollen Prozess schafften, würden die Gunst des Kaisers gewinnen. Die meisten Konkubinen würden ihr Leben in bitterer Einsamkeit verbringen, was erwartungsgemäß zu verletzter Politik und Eifersucht unter den Konkubinen führen würde. Tatsächlich kann man sagen, dass Schönheit in China während dieser Zeit der Geschichte eher ein Fluch als ein Segen war. Fremde Frauen wurden als minderwertige Wesen angesehen, kontinuierlich demoralisiert, degradiert, gedemütigt und ignoriert. Konkubinen hatten es noch schlimmer, und ihr Platz in der menschlichen Gesellschaft befand sich am unteren Ende der Hierarchie. Leider erforderte es eine Menge Ungerechtigkeit, um eine Reaktion von ihnen hervorzurufen. Die einzige Frau, die um Befreiung bat und es schaffte, danach als freie Frau zu leben, war Wang Xiu. Aber sie schaffte es, ihren Kaiser, Hu Yi, den letzten Kaiser der Kuing-Dynastie, erst zu scheiden, nachdem er bereits abgesetzt war und auf der Flucht war. Die meisten Frauen wählten einen extremeren Ansatz der Vergeltung, wie eine der Lieblingskonkubinen des Yonseng-Kaisers, die beschloss, es nicht länger zu ertragen, weil sie in einen Palast-Eunuchen verliebt war und es nicht mehr ertragen konnte, das Bett mit dem Kaiser zu teilen. Einige Frauen wurden jedoch zu mutig. Die Konkubinen des jungen Kaisers Guangxu wurden in eine Verschwörung verwickelt, darunter Zixi, und von 16 ihrer Konkubinen, die als der iranische Plan bekannt sind, bedroht, ihn zu beseitigen. Müde von seinen ungewöhnlichen und grausamen Forderungen nach ihrer Ernährung versuchten diese Frauen, ihn in seinen Gemächern anzugreifen, scheiterten jedoch. Das Ende für diese Frauen war nicht schön, da die Kaiserin anordnete, dass sie sofort herausgebracht werden sollten. Wie im Leben war der Tod für diese Frauen unerträglich? Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, ob Sie ein Video über die Lügen der Eunuchen im Kaiserreich China sehen möchten.